Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu Life is Strange. Ja, wir sind erstmal eingebrochen und sind jetzt hier morgens bei... Oh! Vogel. Kann ich den nicht irgendwie befreien? Kann ich duschen? Duschen, duschen, duschen. Seitdem wir Kinder waren... Serious Flashback. Cool, ich kann die Zahnbürste auch benutzen. Also wenn ich ehrlich bin, ich würde niemals die Zahnbürste von jemand anderem benutzen. Selbst von meinem Freund oder so nicht. Find das schon dezent eklig. Was gibt's hier noch? Vielleicht ist es Zeit. Na, eigentlich haben wir uns hier ja schon letztes Mal... Oh, ich kann ein Foto machen. Von mir im Rachel-Outfit als Punkerin. Mit Vogel im Hintergrund. Sehr schön. Check out Mad Max. Ready to fucking thrash. I'm so hardcore. Naja. Hardcore ist ein bisschen anders. Aber ich finde das echt blöd, dass wir mit dem Vogel nichts machen können. Und immer noch meinen selber ja geholt. Okay. Okay. I better not go in there. David might be in bed. Ew. Gut, dann können wir hier oben eigentlich nichts weitermachen. Können wir jetzt mal runter gehen. Genau. So, da ist Joy... Joy oder Joyce? This might be the one time these people are right. Hm. The end is now. Das Ende ist nah. Ignorieren sie immer noch seine Warnungen? Haben sie den Schnee gefühlt? Waren sie Zeuge der Sonnenfinsternis? Haben sie die sterbenden Tiere gesehen? Die Zeichen sind überall. Arcadia Bay ist das finale Schlachtfeld für Pazuzu. Pazuzu? 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 So, jetzt wird die Klugscheiße tatsächlich mal gefragt. Was ist Pazuzu? Ist das eine Art Teufel? Ich habe keine Ahnung. Okay, dann haben wir ein Bibelzitat. Jesaja 66, 17-16. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, das er vergelte im Grimm seines Zorns und seinen Schelten in Feuerflammen. Denn der Herr wird durchs Feuer richten. Retten sie ihre Seele und tun sie Buße. Treten sie diesen Monat der Kirche der Offenbarung bei und retten sie sich gratis vor der Hölle. Sehen sie unsere Sendung auf dem Öffentlichen in Arcadia Bay Kanal 40. Ja, Kontakt Pastor Kruse. Aber gratis? Das finde ich extrem geil. Also, sonst muss man viel Geld bezahlen, um sich vor der Hölle zu retten. Ich habe mal Lust auf Pancakes. Ich finde es ja auch witzig, dass Max überall so Vegetarier-Gedanken jegt und dann aber kann man überall Fleisch auswählen. Hm. Aber ich nehme Pancakes. Und das sind auch schon die Eier. Okay, haben wir Kornflakes, Kühlschrank, Milch. Okay, keine Milch im Kühlschrank. Wo haben die denn ihre Milch? Da nicht. Okay, da, da ist doch Milch. Sehr schön. Okay, jetzt können wir ihr mal die Milch geben und uns leckere Pancakes machen lassen. Danke. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in L.A. I'd love to think that too, Joyce, but... We are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. Ja, von wo auch immer. Ich hoffe, der lieben Rachel geht's gut. Hm, wir können vielleicht hier noch ein bisschen was rausfinden über das Verhältnis von Rachel zu Chloe. Is there any reason that Rachel might be mad at Chloe and left without her? Chloe could piss everybody off but her. They were almost joined at the head. Reminded me of you and Chloe. Rachel wasn't as grounded as you. I'm grounded? Since when? Maybe that's why Chloe likes Rachel so much. Max Caulfield. Are you actually jealous of Rachel? Oh, ja, vielleicht. Maybe. Rachel was so much cooler than me. Oh, you think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past five years? Doubt it. Um, did she really? Five years ago feels like a thousand now. And that makes me what? A century old? You're only 18, Max. Oh, youth. Only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila. A breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. So. So, ich musste ganz kurz unterbrechen, weil ich was auf meinem Handy gesehen hab. Ähm. Jetzt gibt's aber erstmal Frühstück. Oder soll ich grad nochmal... Ich geh nochmal in die Garage. Vielleicht kann ich da nochmal gucken. Warte mal. Okay, kann ich nicht. Was soll ich? Oh, okay. Ich dachte, ich könnte vielleicht mal was machen für den Vogel. Oh man. I don't wanna be famous for this. Hm. Apokalypse soon. Ja. Nee, hoffentlich nicht. Hm. Da kommt schon Frühstück. Boah, Pancakes. Das würd ich jetzt auch essen wollen. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good. You can clean. Hm. Now that's what I call pancakes. Okay, dafür sind die Pancakes schon fast zu ändern. Können wir wieder aufstehen? Irgendwie nicht, ne? Wir müssen jetzt warten, bis sie fertig ist, was sie da macht. Was holt sie denn da? Ein Jahrbuch? Das ist nicht so großartig, bei dem Showen zu zeigen. Ich denke, ich kann mich nicht so großartig aus wie Rachel. Du hast du dein eigener Stile cooles. Wow, Sir. Ich bin total erinnert dieser Tag. Ich bin froh. Ich bin froh, dass William das Bild mit seiner Kamera mit dem Fernseherkamen. Oh, es war das letzte Bild, er sich in der Zeit verwendet. Look, he had his car out right after this, and... ...and... I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive, and everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please, it's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering, or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Geez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me. I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. Okay. Okay. Dann nutzen wir mal die Ablenkung von Chloe. Okay, mehr Clues, um noch ein Passwort zu finden. Oh. Oh, ein schönes Bild. Maybe I could try Stepdad for the Password. Bis sweet 18. Chloe, I'm so happy you were born today. Thanks for bringing me into the family. Love Stepdad. Okay. Carly Bay. Oh. Ich glaube nicht das Stepdad. Jetzt weiß ich wieder irgendwas. Hm. Vielleicht doch. Okay, also nicht. Was haben wir hier noch? Hier ist ja der Schrank doch mit den... Hier nicht mit den Ordnern. Okay. Weiter. Hier haben wir noch einen Schrank. Und jetzt gab's da einen Hängeschloss? 7171. Na gut. Können wir es damit machen? Okay. Weiter. So, ganz zurück, dann können wir nämlich wieder dreimal alles falsch machen. So. Was haben wir denn hier noch? Uh, ja vielleicht... Vielleicht irgendein Waffenname? Okay, ich kann mir aber auch nichts weiter angucken. Hm. So mal hier noch. Hm. Maybe this ID-Number might work. Ich weiß nicht. Nennt man denn sein Passwort nach einer ID-Nummer von Berso? Na gut. I could try the license number for the password. Okay, wir haben license number und ID-Number. Gut, zwei Fehlversuche darf ich ja machen. Was haben wir hier noch? Ein Veteranen Guide. Okay. Was ist hier sonst noch? Süß. Eine Aufforderung zum Hupen, damit man, weil jemand verheiratet ist. Das vielleicht, ja. Das ist ein bisschen weniger offensichtlich. Da kann ich wieder zurückkommen, ne? Das ist schön. Das könnte hier ein Passwort sein. Ja gut, wenn ich jetzt alle angucke, dann kann ich ja nächstens relativ schnell zurückspulen. Oh, eine Sonnenblende. Choice might as well have wrote, let's get married. Was haben wir denn hier? Es war eine Ehre, sie im Diner zu haben. Es ist schön zu wissen, dass es noch Gentlemen gibt. Ich hoffe, bald wieder mit ihnen reden zu können. Nebenbei, mein Name ist Choice, falls Sie es vergessen haben sollten. Wisch ist das Passwort einfach Choice? Oh, oh, Moment, Moment, da konnte ich noch was weiter klicken. Das wollen wir ja nicht. Choice might as well, it might be a useful Password. Ähm, das Datum, das ist doch mal was wirklich Persönliches. Das weiß nicht jeder, das weiß wahrscheinlich noch nicht mal sie. David has been dragging this head around since 2001. Okay, ding, 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 ding. Ich probier's mal mit der Nummer in der Sonnenblende. So, so jetzt Familie. Äh, war das der siebte 2007 oder der 27.11.? Ne, der siebte, das war die Kassette. Haha, ich bin gut. Haha, ich bin gut. Das ist natürlich interessant hier. Jetzt haben wir den Profil von Rachel Amber. Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht, fragtzeichen, fragtzeichen. Frank und Rachel treffen sich erneut. Rachel meidet das Wohnheim, meidet das Wohnheim, folgt Rachel zum Leuchtturm. Bericht der Arcadia Bay Polizei, Fall Nr. 678. Bericht Ende, Beamte Anderson Barry. Schilderung des Vorfalls. Rachel Amber, 18, wurde um 14.35 Uhr an der Blackwell Academy wegen des Besitzes von Rauschgift aufgegriffen. Okay. Okay. In ihrem Koffer wurden mehrere illegale Substanzen gefunden, siehe Anhang für detaillierte Übersicht. Okay. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Na schon. Was haben wir hier? Kate M. geht den gleichen Weg zu jedem Unterricht. Hörte Kate und Dana über Besorgung für die Vortex Party reden Drogen. Kate mit ihrer Kirchengruppe beobachtet, sie kennt die Bibel gut. Kate braucht länger im Bad als alle anderen Drogen. Der hat schon ein bisschen arg Paranoia vor Drogen, ich weiß auch nicht. Sah Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen, traue niemals Erwachsenen mit Schwitzbad. Aha. Kate hält sich in Zeit der Vortex Party von anderen fern, selbst von der Kirche Drogen, versuchte mit Kate über die Party zu reden, sie war verärgert und floh schuldig. Was ein Idiot. Okay, er hat einen, er hat meinen Stundenplan auf dem Recher. Okay, whatever. Kann ich den jetzt ausschalten? Ich wollte ihn ausschalten, oder? Ne, ich kann ihn nicht ausschalten. Kann ich das zurückdrehen, dass er überhaupt an war? Ja. Okay, sehr gut. Das ist mir nämlich irgendwie lieber so rum. Und jetzt gehen wir aber hier hinten raus, damit die Mutter denkt, wir kommen vom Klo. Oh, die Stimmung ist nicht sonderlich rosig. Sie sind sicher. So? So? Wer würde das machen? Und ich werde sie brennen. Ich glaube, du wäre hier gewesen. Ist das deine Rachel Amber Halloween costume? Du kennst mehr über mich als ich. Nein, du und Chloe glaubst du kennst mehr über jemanden. Wie alle Teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatenin' students. He threatens them with surveillance cameras so he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Hm. Ich bin, also wahrscheinlich wird das unglaublich negative Konsequenzen haben, aber ich bleibe mal auf Chloe's Seite. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even hit your stepdaughter. I do respect your service, but you don't respect anybody. Chloe was doing drugs. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Uh-oh. You're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home. David paid for and in my name. You know the law, right? I thought I knew a lot of things. Like when I'm out flanked. Have a nice day. Chloe, for once. Just please shut up. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. Naja, also das wäre ja jetzt auch arg dreist, wenn sie sich jetzt beschwert. Ich bin natürlich neugierig, was jetzt passieren wäre, wenn ich für ihn Partei ergriffen hätte. Pff. Aber eigentlich, ich finde das dazu gar nicht so schlecht. Max, don't beat yourself up. David earned this all by himself. Understand? Okay. Kein Problem. Wie sieht's bei dir aus, Chloe? Okay, ich rewinde nicht. Soll ich mit... Kann ich mit dem nochmal reden? Kann ich überhaupt irgendwas machen hier? Naja, jetzt komm. Also, das hat er sich echt selber eingebrockt. So, nun? Mal gehen. Ah, ich kann Chloe's Haus verlassen, ja. ... ... mehr als Freunde. Genau, keine Ahnung, Max. Sie war nur um Frank zu teilen. Wenn du mir nicht glaubst, dann schauen wir was Frank hat in seiner RV. Was ist das zu tun? Frank hat Rachel's Bracelet. Was hat er noch in da? Der Möder sollte nicht mehr haben, für seine Sache sein. Wir schauen die Tür. Frank ist so verletzt, er manchmal verletzt, er sich nicht zu locken. Ich kann nicht glauben, dass du mit ihm hängst. Nicht mehr. Wir müssen hier als Casual Ninjas sein. Shitpulls! Okay, hier ist der Plan. Ich gehe nach dem Diner und sage Frank, von dem ich habe das Geld, aber er muss mit mir kommen. Dann kommst du in und re-winde, so Frank doesn't sehen mich. Dann kannst du Frank sagen, er muss sein R.V., und dann re-winde, nachdem du die Gehe, und, uh, und... Chloe, ich habe das. Ich werde gleich zurück. Ich werde nicht mit meinem episch Plan in der Weg von dir kommen. Ich werde versuchen, einen Scooby Snack zu schrauben, um ihn zu schrauben, um ihn zu schrauben. Jetzt finden wir einen schnellen Weg, um Franks Zeugen zu schrauben. Okay, ja, aber das machen wir auch erst in der nächsten Folge hier einbrechen. Jetzt kann ich das erst mal verbinden. Mir war gar nicht irgendwie richtig bewusst, dass dieser Wohnwagen ja zu Frank gehört. Ähm, ja. Okay, nee, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, und da brechen wir dann wieder mal irgendwo ein. Bis dahin. Ciao. Möho. Bis zum nächsten Mal.